hallo seid gegrüßt heute widme ich mich wieder einer wunderbaren trash perle aus den 70ern und zwar geht es dabei um den film straße der verdammnis damnation welly im original betitelt straße der verdammnis beruht auf einem roman von roger zelesny und war 1977 von 20 century fox als großer blockbuster geplant da sich seinerzeit die arbeiten am film aber immer weiter in die länge zogen beschloss man bei 20 century fox sich erst einmal auf einen anderen science fiction film zu konzentrieren auch wenn man in diesen keine große hoffnung setzte so wie es eigentlich bei straße der verdammnis der fall war aber wenn man schon zwei science fiction film in der macher hat und irgendwas ins kino bringen will warum dann nicht die not lösung auswählen vielleicht kennen einige von euch ja sogar noch diesen anderen science fiction film welcher damals dann unter dem titel krieg der sterne in die kinos kam nun dieser science fiction film ist natürlich längst vergessen nicht aber der große blockbuster straße der verdammnis moment ich bewege mich da wohl gerade in einem verdrehten paralleluniversum nun straße der verdammnis hier in diesem wunderschönen die gepäck welches leider ein wenig einknickte genauso wie der film selbst der heute schon fast in vergessenheit geraten ist und im grunde nur noch bei einigen fans auf große liebe stößt zu diesem zähle auch ich mich der ich den film damals sogar mehrmals im kino sehen konnte aber worum geht es überhaupt bei damnation valley lieutenant tenor und major denton tun ihren dienst in einem raketen silo als plötzlich der dritte weltkrieg ausbricht und auch sie alle nuklearraketen auf ihre reise schicken zwei jahre später hat sich die welt verändert wurde gar in ihrer eigenen achse verschoben wodurch monströse unwetter radioaktive verseuchungen und mutanten für neue abwechslung sorgen als nun tenor und denton ein funksignal empfangen beschließen sie mit ihren beiden spezialfahrzeugen loszudüsen und dem signal auf den grund zu gehen nun wie erwähnt straße der verdammnis war recht schnell aus den kinosälen verschwunden und tristete im nu ein dasein in den videotheken der film hatte nichts von einem großen blockbuster und der autor des romans fand die umsetzung gar so übel dass er seinen namen aus dem nachspann gestrichen haben wollte wirklich in erinnerung geblieben neben einigen gruselige special effects wie riesen skorpione bei welchen man einfach ein paar echte skorpione riesig ins bild kopierte ist eigentlich nur der landmaster ein extra für den film angefertigter amphibien transporter mit waffenbestückung und auch wenn anfangs im film zwei davon zu sehen sind so wurde nur ein fahrtüchtiges modell erstellt dem nation valley verschlang für damalige verhältnisse beachtliche produktionskosten von 17 millionen dollar und aufgrund der aufwändigen wenn auch oft nicht gelungenen special effekte wurde zehn monate an dem film gewerkelt die meister arbeitszeit verschlangen dabei die befremdlichen himmelseffekte welche seinerzeit alle von hand bild für bild gemalt wurden anfänglich versuchte man gar noch den großen steve mcqueen für den film zu gewinnen doch seine honorarvorstellungen von zwei millionen dollar war den verantwortlichen damals einfach zu viel stattdessen sitzen nun john michael vincent george pepard wie auch dominik sender im landmaster und rocken durch die wüste john michael vincent der leider schon recht früh dem alkohol verfiel kennen viele bestimmt aus der serie airwolf aber er durfte schon davor an der seite so großer namen wie charles bronson john bain oder bird reynolds spielen auch george pepard dürfte vielen bekannt sein durch seine rolle in der original 18 serie und filmkenner kennen ihn natürlich aus filmen wie frühstück bei tiffany das war der wilde westen sei doch und 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 dominik sender spielt unter anderem an der seite von paul newman in der mcintosh man ansonsten sah man sie hauptsächlich den französischen und italienischen filmen und regisseur jack smite drehte vor straße der verdammnis man mag es kaum glauben den klassiker schlacht um midway zehn jahre nach straße der verdammnis zog er sich aber dann vom regiestuhl zurück zur blu-ray umsetzung noch kurz da haben wir ein recht schlichtes menü ohne hintergrundmusik dafür aber ein paar netten extras mit diversen hintergrundinfos zum film und dem coolen fahrzeug darin blöde nur dass man nach jedem extra wieder auf der startseite landet und sich wieder von dort zur übersicht der extra durchklicken darf ganz amüsanten produzent jeremy m sademan welcher recht frei von der leber erzählt und dass er seinerzeit absolut keinen plan vom filme machen hatte die bildqualität ist jetzt nicht unbedingt blu-ray würdig weiß aber ansonsten zu gefallen wobei sie wie auch seinerzeit schon im kino mal besser und mal schlechtere aufnahmen liefert dieses liegt oft auch an den verwendeten effekten im film hin und wieder starker filmkorn was aber immer noch schöner anzuschauen ist als weich gespülte bilder generell hat der film einen gewissen tv charme was sich eben auch im bild widerspiegelt das bild der beiliegenden dvd ist wesentlich weicher ohne filmkorn und weist von daher auch weniger details auf also ein unterschied ist schon deutlich zu erkennen der deutsche ton ist klar und kommt ohne viel was daher wird teilweise schon mal ein wenig kühl aber er kommt überraschender weise beinahe besser als der englische ton rüber welcher zudem auch nur aus den frontlautsprechern ertönt aber gut wie schon erwähnt ich mag den film einfach da einen gewissen charme und auch unterhaltungswert beinhaltet natürlich wirkt vieles heute extrem billig aber das tat es zum teil damals auch schon und von daher ist das vollkommen okay für mich ja in diesem sinne macht's gut bis die tage und schau